Dann gehen wir gleich weiter. Ja, ja, aber wenn du denkst, wir schaffen diese zwei, vier Kilometer ohne Kinderwagen, dann brauchen wir keine Kinderwagen. Normale Schiebe immer, wenn sie laufen. Oh, das ist ja auch gelegant. Boah, du wirst ein kleiner Junge schieben. Boah, Helena hat das aber gut. Boah. 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 Boah.